Utthita Subtahasta Padangusthasana, wörtlich die stehende, liegende Hand zur Großzehenpose, ist eine liegende Vorwärtsbeuge. Daniel zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier hebe ein Bein hoch, zum Beispiel das rechte. Und dann hebe das Bein so hoch, wie du kannst und fasst dann mit der rechten Hand um den Großzeh, indem du Zeigefinger und Mittelfinger zwischen dem großen Zeh und dem zweiten Zeh gibst und den Daumen entweder von außen um den großen Zeh oder von vorne an den großen Zeh gibst. Und dann hebe den Kopf hoch zum Bein hin. Diese Stellung ist Utthita, stehend aufgerichtet, weil du nicht probierst, das Bein nach unten zu bringen, sondern das Bein bleibt relativ weit oben, aber stattdessen ziehst du den Kopf nach oben. Utthita Subtahasta Padangusthasana ist eine Vorwärtsbeuge, eine liegende Stellung, eine Übung, mit der du auch den Reflexpunkt des Agnya Chakras stimulierst, indem du eben um den Großzeh herumfasst. Utthita Subtahasta Padangusthasana ist auch eine sanfte Massage für die Bauchorgane, gerade wenn du hier tief mit dem Bauch einen ausatmest.